Zillow, sie macht 5, ist back in action. Ey, bist du eigentlich voll? Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir mal den Bitten. Hey, Liga. Ja, oh, das war zu Glück. Wollte ich mal schnell gucken. Sie, ihm fehlen die Banane oben in dieser Stamm. Entschuldigung, fürs Aufstoßen. Das ist nicht sehr schön. Ähm, dann fehlt ihm die Banane dort. Und ich fehle ganz viele kleine Bitten. Und die blauen Haut. Das ist eine gute Frage. Müsste ich mir später nochmal anschauen, aber ich weiß es jetzt dann noch. Ja, Junkie. Und jetzt wieder. Der ist, der ist auch schwer zu steuern, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Junkie kann. Ufa. Läuft sich zwar ziemlich gut. Ist hier sicher sein, warum? Oh, ich bin immer falsch. Ist das einer hier? Nein, das ist eine. Ist aber auch gut zu wissen, dass sie irgendwo an den Bitten haben. Ich kann mal gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich mal gucken. Ob ich hier schon falsch bin oder ob ich den Piranieren könnte. Ich bin mir fast sicher. Ich bin mir fast sicher. Ich bin nicht live. Okay. Weil hier sind Bananen. Da ist die Bananen. Da ist die Koffer. Er macht mir viel, du bist ja, bitte. Da sind und ich. Okay. Dann müsste ich einfach den Potter nehmen. Und die Schalter nicht aus dem Licht Wo ist ein Schalter? Hier ist ein Schalter Sieht ihr? Das ist das Die hatten Zeitlimit Von Hunder Weil es halt nicht die einfachste Banane ist da ranzukommen Weil erstens mal muss man... Uh Dieser blöden rotierenden Stahl... Stahlträger Ja genau wegen dem hasse ich den Controller Ich kann mich fast nicht bewegen Weil wenn ich mich ein bisserl bewege Dann geht er vom Start Deswegen hasse ich Mein Gamepad Und alles andere Weil man hier einfach nicht gescheit machen kann Wo ist da mal was? Nix Oh So ich bin da ich bin da Ich glaube wenn ich hier bleibe Dass er sich ein bisschen aufreagieren kann Die müssen wir noch bekommen, die sind gut. NEIN! Warum bewegst du dich denn? Oh, du bist kacke. Ich hasse dich. Du stinkst. Äh, ja, ich hätte einfach drauf bleiben. Nein, das wäre ja zu einfach. Ich muss mal nochmal drauf schauen, dann passe es wieder. Es ist ja klar, es kann, es muss jetzt nochmal umständlich sein. So, ich wusste, ich wusste, ich war nahe. NEIN! NEIN! Ich klaff, sag mal nicht! Oh mein Gott, bin ich schlecht. Oh, ich hätte einfach drauf stehen bleiben. Aber nein, das ist nicht viel von mir verlangt. Diesen Stahlträger, der rotiert, zu springen, das ist dann kein Problem. So, jetzt... Bananen! Bananas! NEIN! Okay, wir bleiben jetzt einfach stehen. Wir berühren keinen Knopf. Ach, die Kamera. Wir berühren keinen Knopf. Nicht EIN! Da hinten sind Bananen. Versuche ich da nachher mal rein zu springen. Schmetterlüge! So, jetzt aber. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt gehör ich nicht. So gemacht immer. Ah, das ist... Fenster. Ah, ich will mich hauen! Ich will mich hauen! Wo ich nicht mal was gemacht habe. Und die Kiste auch? Ja, dann haben wir das auch geschafft. Schlimmste... Oh, ich hab ein Grafik. Das ist aber wirklich. Komm mal, klar, Juni. So, K.P. Fehler, sie mögen mich. Ach, das ist doch noch schöner Sound. Ich werde, ich darf mit ihm Bananen suchen sehen. Oh! Hier sind... Dings, hier geht's nicht durch. Ich geh mal hier durch. Hier sind Tiny. Das können wir uns gleich merken. Das... Das Bienchen mit Motor. Und die springen. Vorbei. Irgendwo hat das mal einen ganzen langen Gang. Da weiß ich, da hat's noch... Äh, grüne Bananen. Hm, ich glaub's hier... Ja, hier durch. In diesem... Bauklötzchen-Raum. Dann kommt hier der gewalttätige Würfel. Ist das hier gewesen? Nein, ich glaub das war dort am ersten Mal. Wir müssen hier sowieso hin. Also, das ist... Ja, kein Problem. Weil ich ja sowieso hier noch eine Banane fingen habe. Also, ich glaub's... Diese Banane. Nein, das ist nicht so lang. Muss man aufpassen. Hier kann der Emulator abkacken. Ähm, das ist... DIVICOM. Das war das hier oben für... Junkie. Ja, klar war das. Ähm... Warte. Aber ich hab das... Hab ich das Musikinstrument viel noch gar nicht. Das... Uh... 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 Ja, dann müssen wir... Candy suchen gehen. War die nicht neben dem alten Mann? Ich... Ich frage mich zu erinnern. Hehehe. Der alte Mann musste aber auch den... Oh! Neben sich auch, hm? Ich kenn... Ja, der Pädophär. Wer kennt ihn nicht? Wer mag ihn nicht? Wer mag ihn nicht? Ich glaub, sie waren auch hier. Ja, genau. Die waren beide zusammen. Weißlinger. Ja, das, Digga. Nochmal... Rein in die Stube. Für nur drei Minuten bringe ich dir... Ja, ja, die Tonleiter. Ja, die Tonleiter. Ja, ja, mach nur. und er als dickstag zum riesig großes instrumenten ich zeige sie wie man mit dem instrument umgeht halte zeit gedrückt während der hammers und mit den meisten cramlings umhauen allerdings verliert das instrument an energie wenn du ein kopfhörer er wird einfach ausgeschnitten ja was kann ich sonst noch so erzählen ich habe heute freundlich und deswegen gehe ich jetzt ich müsste den bahnvorder sehen auf der anderen seite dass wir uns schnell in teleportieren weil die vielen beim filmen sonst von damals so müssen wir nämlich rein hier ist eine kiste hier sind überall noch kleine bananen schon mal die helfen dann gibt es dann sicher wieder bald ein paar silo versuch bananen zu finden teil 500 wie er schon gesagt habe ich und die kleinen bananen wir hatten keine freunde recht hat hat er nicht wo ist der ballon schon mal 70 auch nicht schlecht dann gucken wir mal was hier drin ist gewalttätiges spielzeug das dass man das dürfte man in deutschland nicht verkaufen bin ich mir sicher ein gewalttätiger würfel ist der kistensprung wo ist er denn also kaltätige dominosteine aua lebt noch mal ne böse dominosteine nein oh oh sie werden zu superman sie werden zu superman mhm 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 wir müssen uns zusammen tun er macht sich auch TRANSFORMER ich werde zu TRANSFORMER und jetzt gehts los ein böser riesiger klotz Glück gehabt nicht stehen bleiben und auf ihn einkloppen äh unter umständen trifft er euch besser als ihr ihn seht ihr mit für das ein transforme ist er ziemlich langsam Glück gehabt in drücken gefahren und nochmal und unternehmen der kampf der titan nochmal oh okay nein stelle natürlich kackopf ich habe gesiegt gegen den transforme bin ich wieder voller leben und wir haben die vierte banane sind wir cool ähm wo ist eigentlich seine blaupause sehr gute frage sehr gute frage kommt mir auch irgendwie grad voll nicht hin wo die sein sollte da habe ich die schon die habe ich schon ja ok dann ist das wohl auch schon geklärt ähm ich glaube ich mache noch das für Tiny grad wo ist das tausch was da haben wir nämlich auch schon wieder so ein rennen aber dieses mal nicht gegen den Käfer weil der ist in Rente geschickt worden hier geht es zum Donkey Kong Automat da muss ich ja auch rein das Bananen füllen ich hatte auch überst wenige wissen ja wo ein Ballon ist äh am Anfang des Levels hat es noch Bananen oh mega lag ich küsse mich nie war zur Hölle hier haben wir die Maschinerie in Gang gesetzt und jetzt gehen wir zu Rally Rare hier hier muss ich sagen ich bin echt nervös weil ich nicht weiß wie man das macht ok ich muss ich wie muss ich Gas geben mein lieber schicker Flitzer Tiny komm wir fahren um die Bette der Hose bei seiner Vollmahme willst du gewinnen musst du nach 2 Runden führen und 10 Münster gesammeln drücke Z und supersteuer nehmen ich verpasse alle Münzen ich verpasse alle Münzen der Rally Meister passt zwar jeder nein ich bin schon wieder so schon wieder schon wieder so wir wissen wir alles keine Münze nein Glück auf so jetzt auch gut au und sk j Jawoll, Sieg! Ich habe trotzdem gewonnen. Aber gegen dieses Auto muss ich sagen, das ist nicht unfair. Das ist jedes Mal zu schaffen, da hat man noch kein Problem. 150 Euro. Fast die Hälfte von 100. Ja, ich habe es gelernt. Dann muss ich mir jetzt schnell überlegen. So, ich glaube jetzt, es fängt der Part an. Left search the little bananas. Und der, ich weiß, den Part liebt die am meisten. Nein, der ist natürlich nicht. Der macht auch hier wenig mal. Ich drücke doch nach hier drüben. Warum spielt es hier saxophon? Wer soll es wissen? Ich weiß es nicht. Ich mache keine Musik aus saxophon! Ja, das ist hart. Immer diese Kritiker. Das ist hart. Oder wenn, versuchen Schweizer hochdeutsch zu reden und sie übelsten Aktein sagen sie Kritiker. Und das, das hört sich selbst irgendwie schrecklich an. Das geht mal so gar nicht. Wo schon mal was mit meinen Haaren passiert. Ich glaube von hier komme ich doch. Ja, ich gehe trotzdem mal rum. Ist hier jemand? Ja, okay. Wir sehen uns trotzdem im nächsten Part. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.